Hallo, ich bin Klein Nepo und heute ist mein erster Tag bei der Feuerwehr. Hier bin ich in der Küche bei meinen Freunden. Hallo ihr, was gibt es denn Gutes zum Essen? Oh, nur gesunde Sachen. So mag ich es am liebsten. Das Telefon klingelt. Schnell abheben. Oh je, ein Haus steht in Flamme. Schnell, wir müssen los. Klingelt. 20. Klingelt. Los geht's, wir müssen die Flammen löschen. Wir müssen die Flammen löschen. Juhu, mein erstes Abzeichen. Der Schlauch ist nun leider kaputt. Jetzt muss ich was lernen. Toll! Alle Gegenstände, die brennen können, kommen in die Schüssel mit dem Wasser. Alle anderen Gegenstände kommen in die andere Schüssel. Das brennt. Schnell ins Wasser. Die Blätter brennen auch. Die Zeitung brennt auch. Die Wolle brennt auch. Die Streichhölzer brennen auch. Das Besteck brennt nicht. Der Ziegel brennt auch nicht. Die Schraube brennt auch nicht. Ab zum Feuerwehrauto. Den neuen Schlauch muss ich gleich verstauen. Oh je, schon wieder ein Notruf. Schnell zum Telefon. Ein Hausbrennen. Schnell umziehen und ins Feuerwehrauto. Schnell umziehen und ins Feuerwehrauto. Jetzt schnell den Schlauch anschließen und die Flammen löschen. Schnell umziehen und ins Feuerwehrauto. Zur Belohnung gibt es noch ein Abzeichen. Die Artenschutzmaske gehört jetzt auch ins Feuerwehrauto. Das ist der Lagerraum. Hier können die Schläuche nach dem Einsatz trocknen. Das Telefon klingelt. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Tschüss, sagt euer Nipo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017